Willkommen bei der Wahl zum Tor des Monats Oktober. Vorschlag Nummer 1. Edwin Skirgic im Spiel Diamant-Linz gegen LPSV Kärten. Schöner Assist. Da revanchiert sich Milorad. Boic. Vorschlag Nummer 2. Vahid Muharremowitsch für Futsal Klagenfurt gegen Stella Rosser. Vorschlag Nummer 3. Benjamin Budimir für Fortuna Wiener Neustadt gegen Libero Graz. Und Vorschlag Nummer 4. Borna Tikvica für PFC Liberta Legion gegen Dynamo Triestintal. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017